Das ist aber schon das nächste Gebiet. Da will ich noch nicht hin. Ich würde jetzt glaube ich erst mal da hin. Die Quest noch machen. Und dann haben wir eigentlich hier noch... Oh nee, Mist. Ich habe gedacht, die Grenze wäre hier. Aber das geht ja hier noch komplett hoch. Okay. Wir machen das jetzt erst mal so. Die Quest da runter. Da. Der Typ ist auch gerade wieder weg. Das heißt, die beiden Sachen brauche ich ja auch noch. Und dann haben wir hier oben noch die Ecke. Ja, mal gucken. Also, vielleicht kriegen wir das heute hin. Ich mache nochmal eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Da. Weiter. So, was hatte ich jetzt gesagt? Ich bin da. Genau, ich wollte da hin. Ähm, was ist denn, wenn ich durch die Tür gehe? Schneid das? Ich glaube, das schneit. Dann kriegen wir also einen britischen Winter. Effor-Wix. Nein. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ähm. Also, diese, ähm... Diese alten britischen Städtenamen, ne? ich bin etwas überfordert die auszusprechen ich finde ja schon ähm Rochester gerade wenn man es noch nie gehört hat und das sind ja so Namen die kannst du nicht so aussprechen wie sie geschrieben werden kannst du froh sein wenn irgendwelche Vokale drin sind hier ist gar keiner warum nicht komisch ein Lager ohne dass jemand da ist und der Fox Ich hab ein Geschosse. Au! Aua! Dir geht's nur halb so schlecht wie mir. Weißt du, meine Wunden entzünden sich. Du bist tot. Was soll denn der Mist? Da fehlt auch gerade der Sound. Also das sind so Sachen, die triggern mich, wenn irgendwas passiert und kein Sound dabei ist. Warte mal. Das find ich ganz, ganz grässlich. Das Ding hatte ich... Nee. Ah, okay. Das ist das. Ich muss mich in Acht nehmen. Hm. Hm. Okay, die kriegen das noch nicht mal mit, dass ich hier bin. Ich glaube, die sind verpackt. Naja, das soll mir egal sein. Da ist noch die Truhe. So. Gut. Dann geh ich mal da hin. Ich bin ganz froh, dass es heute nicht so schlimm ist mit den Framedrops. Das war dumm. Oh, Gott sei Dank. Und, Jack? Ach, was mach ich denn? Warum stehen die denn alle da auf einer Stelle und bewegen sich nicht? Hm. So viel Erd. Also, was ich ja mitbekommen habe, ist, du kriegst ja echt nicht so viel Ausrüstung. Und ich hab's auch noch nicht gesehen, dass du Ausrüstung verkaufen könntest. Das heißt, theoretisch, alles, was ich finde, kann ich komplett hochleveln, richtig? Was ja auf der einen Seite ganz cool ist, weil dann kriege ich nämlich alles schön hoch und kann mir dann am Ende wirklich aussuchen, was ich haben möchte. Aber irgendwie Opfer, Alter, der... Hasenpfoten? Opfergabe eines Dänen. Etwas Heftiges hat mein Sohn überkommen. Er hat seit Tagen nichts gegessen oder getrunken. Er schläft nicht, denn er zittert in der Nacht vor lauter Tränen, die er vergießt. Eine solche Krankheit habe ich noch nie gesehen, also muss es ein Fluch sein. Und ich fürchte, dass er ihn ins Grab bringen wird. Ich biete den Göttern das Blut meines Pferdes als Opfergabe dar und hoffe, dass es sie zufriedenstellt. Denn nur ihre Kraft kann meinen Sohn noch retten. Oh, und ich hab keine Feige mehr. Ah, da sind welche. So, ihr süßen Karnickel, wo seid ihr? Da. Drei Hasenpfoten brauche ich. Ich muss sehen, was du siehst. Ich muss sehen, was du siehst. Eins? Ja, so brauche ich gar nicht. Ah, wie blöd bin ich denn? Zwei. Da war nur Leder. Ja, ganz toll. Sehr gut, das war die dritte Hasenfutter. Dann wollen wir mal eben zurück und mal gucken, was passiert, wenn ich hier jetzt drei Hasenfoten opfere. Werde ich denn schneller? Ich habe noch einen Hasen zu wenig da oben. Das war's. Das war's. Ich brauche immer noch die Hasen. Ich lass noch eine Hasenfote dabei sein, bitte. Yes. Okay, drei Hasenfoten. Nur aber wirklich. Okay. 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 So. Okay. 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 Vielen Dank.